Willkommen zurück zu The Walking Dead. Wir sind immer noch dabei, das Boot in Gang zu kriegen. Jetzt schauen wir erstmal hier. Da waren wir schon. Dann können wir noch hier drüben hin. Aber ich denke mal, hier werden wir so oder so keine Sachen mehr finden, die wir gebrauchen können. Benjamin? Vielen Dank. Ich habe es. Nur mal, ich möchte etwas Wichtiges machen, du weißt? Das würde ein schönes Veränderung machen. Wow, keine Chance, dass ich mit mir so viel zu sagen. Danke für die Verteidigung. Well, ich werde dich weitergehen. Nein, warte. Es ist etwas, was du mit mir kannst. Es ist etwas, was ich in meinem Kopf habe. Ich könnte deine Meinung. Was ist das? Es ist Kenny. Seitdem ich ihn helfen, habe ich zu arbeiten, habe ich ihn ein bisschen besser kennenzulernen. Er ist ein guter Mann, du weißt? Und es hat mich auf, zu wissen, was ich weiß. Ich habe mir gedacht, dass ich ihm die Wahrheit erzählen. Ben, komm mal. Das wieder? Es ist meine Schuld, dass Doc und Katja getötet haben. Wenn ich nicht in der Motorhöhung zurückkehren, dann werden sie noch nicht leben. Wie soll ich nur etwas wie das machen machen? Ich muss ihm sagen. Also, ich würde es lieber lassen. Ben, keine Offenheit, aber hast du verloren, aber hast du verloren, dass du dich verletzt hast? Kenny ist gar nicht aufhörst. Du sagst ihm, dass du dich zu schuldigst? Ich will nicht mehr überlegen, was er tun kann. Ich weiß, ich habe das gedacht, aber ich weiß, wie viel länger ich kann ihn in den Augen sehen. Ich fühle mich, dass ich ihn mit ihm nicht erzähle. Ich sage dir, Mann, das ist eine schlechte Idee. Real, real schlechte Idee. Hey, vielleicht bist du okay mit jemandem mit einem Blut auf deinen Händen, aber das ist nicht, wie ich bin. Ich kann nur nur sagen, dass es nie passiert. Ich meine, wir haben schon mehr als genug Probleme. Wenn wir jetzt hier noch so eine Bombe platzen lassen würden, dann wäre die Scheiße hier wirklich am Dampfen. Hm. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Denn wir müssen ja zu dieser Garage gehen. Was haben wir hier drüben? Das ist der Mann, der diesen Ort rief. Sieht, wie er sich als ein gewisses Liedler gewandert hat. Normalerweise sollten wir doch Molly haben. Ach, da hinten steht sie ja. Moment. Hier kommen wir nach draußen. Ist ja schon gut. Was haben wir hier unten? Hier können wir irgendwas mitnehmen. Können wir die mitnehmen? Aber so zur Ablenkung. Ich würde so Sachen irgendwie immer mitnehmen. Was haben wir hier? Einen blutigen Spind. Logan. Too bad, I don't know the combination of any of these. Can't open it without the combination. Logan. Den Namen sollten wir uns mal merken. Dann haben wir hier die beiden. You guys need any help? Thanks, but I think we're almost in. We're taking care of it, Lee. Don't worry. Wo könnten wir irgendetwas über diesen Logan finden? Oh, was haben wir hier drüben? Ich denke, es ist leer. Die Crawford-Leute haben wahrscheinlich dieses Ding irgendwo abgedrückt. Das ist auch so eine Sache, die mir einfach nicht in die Birne reingeht. Wo sind alle hin? Ich meine, ich kann es mir ja irgendwie vorstellen, wenn hier ein paar Probleme oder so waren. Aber, dass jeder weg ist. Wirklich jeder. Merkwürdig. Irgendjemand sollte doch hier sein. Okay, hier kommen wir nach draußen. Tja. Dann müssen wir wohl hier nach draußen gehen. Das muss sein, das ist die Tür zu der Alleyway, wo die Auto-Shop ist. Aber wo ist Molly? Molly? Du bist hier? Ich denke, ich gehe nicht da hin. Auto-Shop muss da hin. Hm. Moment. Eben gerade? Da haben wir doch was gesehen. Da war doch jemand. Was können wir hier drin machen? Wieder mal so eine Hütte. Oh, hier oben. Hm. Das könnte funktionieren. Okay. Wir brauchen also einen anderen Weg. Alles klar, da drüben Sackgasse. Also müssen wir irgendwo hier was finden. Denken wir mal nach. Wow! Es regnet, Zombies. Es. Leicht ihn! Er ist meiner. Was hast du da gemacht? Okay. Okay. Mann. Die Kleine hat wirklich Probleme. Molly? Molly! Ähm, äh, ja, keine Ohrsache. Did you find us a way in? Yeah, but the garage door's jammed. Can't raise it. Not a problem. Look what I found. Oh yeah, that'll work. Oh nein. Wir waren wieder mal zu laut. Wir sind immer so verdammt laut. Also in der Episode... Jungs, Jungs, Jungs. Okay, okay, wir müssen ran. Kurbel, Kurbel, Kurbel. Take a look around. I'll make sure no stragglers get under this door. Okay, was haben wir hier? Wir suchen eine Batterie. Looks like Crawford had their own semi trucks. Na, was haben wir hier? Well, I can see where the battery should be. But it's not. Perfect. That blinking. Must be an anti-theft system. Good chance of a working battery being in that car. If I can find a way to get up there. Ich hab ne Idee. Hier drüben. It's the panel that controls the hydraulic lift over there. No power. Na super. Kein Strom. War ja klar. Immer wieder die alte Nummer ohne Strom. Was haben wir hier unten? Looks like it's the hose for the lift hydraulics. Hmm. Don't think I can pry that hose apart with just my hands. Maybe if I had something to cut it with. Was hätten wir dann so? Hier drüben. Hier können wir noch eine Tür aufmachen. It's locked. No way in. Natürlich. Also, wir könnten ja mal hier Molly fragen. Die hat immerhin einiges in ihrem Rucksack. Something you need? Yep. Think I can borrow that, uh, hook thing of yours? I don't know. Hilda and I have been through a lot together. Hilda? That's what I call her. Don't judge. Please, can I borrow Hilda? I'll take good care of her. She won't get a scratch. I got your promise now. Not a scratch. Something you need? What do you think happened to Crawford? No, no, don't care. As far as I'm concerned, these fuckers got what was coming to them. Not a lot of sympathy for all the people who died here, huh? I have about as much for them as they did for the sick and the old and anyone else they didn't think was fit to belong in their little paradise. So yeah, fuck them. What was all that about back there? He came at me up on that rooftop, tried to take a bite out of me, so I took care of business. What, you got a problem with me killing geeks? No, it just seemed like you went to town on him a little more than you needed to. Hey, you never really know when those things are all the way dead. I was just making sure. Look, you want to get this battery or not, time's wasting. So why did you decide to help us? I told you, I'm expecting a ride on that boat once that hillbilly friend of yours has got it running. You sure that's all of it? You want to keep interrogating me, or do you want to get the damn battery and get out of here? I'm going to have a look around. You do that. Also ich persönlich kann Molly hier nicht trauen. Irgendetwas stimmt mit dir nicht und der Zombie da eben... Ich weiß nicht, war irgendwie persönlich. Jetzt gehen wir mal hier drüben hin. Ah, so bekommen wir es runter. Oh nein, natürlich. Maximale Lautstärke. Können Zombies kriechen? Ich denke schon. Jetzt nimm das Ding. Einfach nehmen, einfach nehmen, einfach nehmen. Okay, was können wir tun? Einmal hier. Einmal hier drüben. Einmal hier drüben, sagte ich. Mann, 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 immer dieser Lee. Okay, wird Zeit, dass wir hier rauskommen. Meine Kugeln. Okay, so now we're on the roof. Do you ever stop complaining? Come on. Ja, natürlich, das können wir auch. Come on, what are you, Chicken? Jump! Oh Mann. Was will ich alles tun müssen? Komm. What did you call me? Well, now that you mention it. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Nein! Oh! Okay. Oh Mann, nur ein Kratzer. Mir geht's gut. Okay, wir müssen hier schneller sein. War ja klar, dass ich erstmal nach unten spring. Sie macht den großen Sprung. Aber die Molly hier, die hat einiges drauf. Wahnsinn. Woher kann sie das alles? Come on, what are you, Chicken? Jump! Und, 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 und. Ja, dieses Mal. Come on. Later. Something I gotta do first. Catch you later. Wait, you've still got the battery. Yeah, I think I'll hold on to it. Make sure you don't leave without me. See you back in class. Molly! Goddammit, what the hell is she doing? Na super, und die wollten wir doch loswerden. Was haben wir hier? Ach ja, den Logan spinnt. Logan. Immer noch. Und die hier stehen immer noch. Meine Güte, sind die langsam. You sure you two don't need any help? We're taking care of it, Lee. Don't worry. Hm. Und was machen wir? Die stehen hier rum. Draußen, Zombie-Apokalypse, aber egal. Wir haben jede Menge Zeit. Okay, was haben wir hier? Hier, da waren wir schon. Oh man! Ohne Warnung. Die Tür wird nicht zu kliessen. Lee, mach was! Und... Wir haben ihn. Schrauben die Tür mit etwas. Da kommt, da kommt, da kommt. Ich glaube, das Kugel... ...dannend besser. Da sind so viele von ihnen. Du hast die Feuer. Let's not start high-fiving each other just yet. Let's get the hell back to the classroom. Give us a hand with these fuel cans. They weigh a goddamn ton. You're back! Yeah, and we made out pretty good, too. Great work, Kenny. How are you doing with that door? Not so good. Here, let me give you a hand. Did you get that battery yet? Yeah, Molly has it. She should be back here soon. She'd better be. Okay. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Tschüss! Tschüss! Tschüss!